Verletzt die Lehre der Trinität nicht das Prinzip der göttlichen Einfachheit? Die Lehre von der Trinität besagt, dass Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert, ohne dabei in seinem Wesen geteilt zu sein. Das scheint für viele erst einmal eine Herausforderung für das Konzept der göttlichen Einfachheit darzustellen. Die göttliche Einfachheit besagt, dass Gott absolut eins ist, ohne Trennung, ohne Teilung, ohne Zusammensetzung und ohne Veränderlichkeit. Nun muss man dazu zunächst einmal Folgendes sagen. Das Prinzip der göttlichen Einfachheit ist deswegen so wichtig, weil Gott immateriell ist. Weil Gott immateriell ist, ist er nicht an materielle Strukturen gebunden. Materie ist oftmals in Masse ausdrückend. Materie ist oftmals in Masse existent, weil Materie und weil Masse etwas Materielles ist. Etwas, das Substanz hat und somit gibt es mehrere Arten und Weisen, wie sich das äußern kann. Wie zum Beispiel, dass ich eine materielle Struktur, wie zum Beispiel eine Münze nehme und daneben noch fünf weitere lege. Dann habe ich sechs Münzen nebeneinander gelegt und alle wären voneinander getrennte materielle Strukturen. Weil Materie eben das ist, woraus sie besteht. Aber diese Substanz kann sich eben vervielfachen. Nun ist es aber so, dass Gott nicht an solche Substanzen gebunden ist und somit nicht teilbar ist. Nun ist es so, dass Gott der Materie selbst zugrunde liegt und er die Materie selbst in die Existenz gerufen hat. Er steht also über der Materie, also sowohl weder an die Materie noch an irgendwelche Naturgesetze, an die die Materie wiederum gebunden ist. Gebunden, weil diese ja selbst von Gott stammen. Nun ist es so, dass Gott ja Geist ist. Das bedeutet, er existiert unabhängig von Raum, Zeit, Materie und Naturgesetzen. Stattdessen ist es ja sogar so, dass Gott diese verursacht. Nun ist es so, und das ist dann sehr wichtig für diese Überlegung, dass das von vornherein ausschließt, dass Gott einer von vielen ist. Denn es kann nicht mehrere Götter geben, da dieses mehrere von vornherein falsch gedacht ist. Denn Gott übersteigt die Dimension der Mathematik und somit stellt sich die Frage nach mehreren Göttern überhaupt nicht. Das Prinzip Gott kann nur dieses eine geistige Prinzip sein, das der Welt zugrunde liegt. Dieses eine geistige, schöpferische Prinzip eines personellen, intelligenten Schöpfergottes ist somit exkludierend. Für alles, was irgendwie nach Politheismus riecht. Und deswegen kann es nur einen Gott geben. Und deswegen ist Politheismus ja auch so unlogisch. Auch im Politheismus ist es ja so, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Politheismus gibt, wie ich bereits des Öfteren gesagt habe. Denn es ist ja so, dass es beim Pantheon immer eine übergeordnete Macht gibt. Und alles andere ist ja untergeordnet. Diese Götter in Anführungszeichen sind ja menschlich, haben menschliche Züge, sterben ja sogar. Das bedeutet, es sind wenn, dann Halbgötter oder zumindest irgendwelche von Gott geschaffenen Wesenheiten. Im besten Falle noch Geistwesen, aber diese sind eben nicht Gott oder sind nicht ein Gott. Es kann also keine mehreren Götter geben. Aber jetzt glaubt eben das Christentum an die Offenbarung Gottes und Gott hat sich als drei Personen geoffenbart. Nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie ist das jetzt nun mit der göttlichen Einfachheit zu vereinbaren? Nun, diese beiden Lehren widersprechen sich tatsächlich nicht, wenn wir die theologischen Prinzipien und metaphysischen Grundlagen der trinitarischen Theologie richtig verstehen. Denn in der klassischen Theologie ist zu unterscheiden zwischen dem Wesen, Essenzia Gottes, und den Personen, Hypostasis. Die göttliche Einfachheit bezieht sich auf das Wesen Gottes, das absolut eine Realität ist. Die Trinität betrifft hingegen die personalen Beziehungen innerhalb des göttlichen Wesens. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind keine Teile Gottes, sondern verschiedene Weisen, in denen das göttliche Wesen existiert. So bleibt das Wesen ungeteilt und einfach, während es in den Personen unterschiedslos subsistiert. Thomas von Aquin betont zum Beispiel, dass die Personen in Gott nicht etwas zusätzlich zu seinem Wesen darstellen, sondern dass die Beziehungen in Gott rein relationale Unterscheidungen sind, ohne das eine Wesen zu vermehren. Die Unterscheidung der Personen in der Trinität basiert auf innertrinitarischen Beziehungen. Der Vater zeugt den Sohn und der Heilige Geist geht vom Vater und dem Sohn aus. Diese Relationen sind real, aber sie führen nicht zu einer Teilung des göttlichen Wesens. Das nennt man subsistente Relationen. In Gott gibt es reale Beziehungen, aber diese Beziehungen führen nicht zu einer Vermehrung des Wesens, da sie in der einen göttlichen Natur subsistieren. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben nämlich, und das ist das Wichtigste, das gleiche ungeteilte göttliche Sein. Es gibt nur ein göttliches Sein und das drückt sich aus, das offenbart sich in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Diese drei Personen, und das ist eben der Denkfehler bei der ganzen Geschichte, sind keine voneinander getrennten Dinge, die einfach jeder sein Ding durchzieht und die sind nicht vollkommen unterschiedlich. Sie sind in ihrer Wesenheit eins. Es sind drei Personen, die alle eins sind. Sie haben den einen göttlichen Willen, sie haben das eine göttliche Sein, das eine göttliche Wesen. Insofern sind sie also nicht voneinander getrennt und sie sind schon gleich gar nicht drei verschiedene Götter. Wir glauben als Christen ja nicht an drei Götter. Wir glauben an einen Gott, der sich in drei Personen offenbart, geoffenbart hat und offenbart und der dreipersonal ist und dreirelational ist. Und das kann er auch, weil Gott eben nicht an etwas gebunden ist. Wir als Menschen sind an eine Person, an einen Körper, an eine Seele gebunden. Aber schon da drückt sich gewissermaßen die Trinität aus. Geist, Seele, Körper. Immer in Beziehung, immer in Relation zueinander stehend. Immer in Kommunikation sogar, wenn man so will. Aber, wie gesagt, Gott selbst ist etwas, das diese Dimension übersteigt. Deswegen muss es ja so, kann es ja nicht, also ein Messer zum Beispiel, kann er nicht mehrfach da sein. Es kann nicht das eine Messer geben, das sich in drei verschiedenen Gabeln ausdrückt. Das ist natürlich Blödsinn. Aber, Gott ist ja kein Messer, Gott ist ja kein materielles Ding, sondern Gott ist alles, was dieses, Gott ist das, was alles transzendiert. Und aus dem überhaupt erst alles kommt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen ist das schon einmal der erste Zugang. Und was eben auch ganz klar zeigt, dass die Trinität die göttliche Einfachheit nicht verletzt, ist, wie gesagt, die Einheit von Willen und göttlicher Operation in Gott. Denn die drei göttlichen Personen haben nicht drei getrennte Willen oder Handlungsweisen, sondern sie teilen den einen göttlichen Willen und handeln in vollkommener Einheit. Dies bedeutet, dass die göttlichen Personen keine unabhängigen Entitäten sind, die sich unterscheiden, wie es geschaffene Personen tun, sondern sie sind vollkommen eins im Handeln, Wollen und Sein. So bleibt also die göttliche Einfachheit gewahrt. Und Gott, nach der klassischen scholastischen Theologie, ist der reine Akt, also ohne Potentialität und Unvollkommenheit. In Gott gibt es keine unvollständige Möglichkeit, die noch verwirklicht werden müsste, was Teilung oder Veränderlichkeit zur Folge hätte. Die Trinität ist keine Form der Veränderung oder Teilung in Gott, sondern Ausdruck seiner ewigen und unveränderlichen Wirklichkeit. Die drei Personen sind ewig und gleichzeitig ohne zeitliche oder sequentielle Unterschiede, was wiederum zeigt, dass die Trinität die göttliche Einfachheit nicht gefährdet. Das kann man ja am Beispiel des Universums als Analogie, analogisch sehen, aber Analogie, und das ist ganz wichtig, ist ja, wie gesagt, eine Analogie ist, wie gesagt, nichts, das vollkommen übertragbar ist natürlich. Aber es macht es gewissermaßen verständlich. Das Universum zum Beispiel, Raum, Zeit und Materie. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind unterschiedliche Personen, aber teilen das eine göttliche Wesen. Genauso wie Raum, Zeit und Materie unterschiedliche Dinge sind, sind sie aber keine voneinander getrennten Dinge, sondern bilden zusammen das Universum und sind damit auch nicht von der Essenz des Universums getrennt. Raum, Zeit und Materie haben unterschiedliche Funktionen und Eigenschaften, aber sie existieren nicht unabhängig voneinander. Sie sind stets Teil des einen Universums. Ebenso sind Vater und Sohn und Heiliger Geist unterschiedliche Personen, die aber nicht unabhängig voneinander bestehen. Raum, Zeit und Materie haben eine gemeinsame physische Realität, das Universum, und genauso ist es bei Gott. Und das Universum zeigt, dass Einheit nicht den Ausschluss von Vielfalt bedeutet. Das bedeutet, wir haben ein Universum, das Einheit mit Vielfalt und Einheit und Vielheit vereint. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, insgesamt muss also gesagt werden und bilanziert werden. Es ist ein göttlicher Wille, es sind nicht drei unterschiedliche sich widersprechende Willen, die sich gegenseitig verletzen. Wir haben eine gemeinsame Handlung nach außen. Und wir haben zwar autonome Individuen, aber Individuen, die in sich selbst den einen freien Willen Gottes teilen und somit den einen freien Willen haben, der vollkommen und einheitlich ist. Das bedeutet, der Wille Gottes ist absolut frei, aber auch immer in perfekter Harmonie mit der göttlichen Natur. Es gibt keine Spannung oder Entscheidung zwischen verschiedenen Optionen. Gott wählt in Freiheit immer das, was seinem vollkommenen Wesen entspricht, ohne Einschränkungen und Zwänge. Und die göttlichen Personen sind auch ganz klar mit dem freien Willen Gottes verbunden. Und das ist immer ein und dasselbe. Der Vater will ja nicht, dass Jesus ans Kreuz geht und Jesus sagt, ja nee, habe ich heute keinen Bock, morgen vielleicht. Nein, der Vater will in Freiheit und Liebe den Sohn zeugen. Der Sohn will in Freiheit und Liebe vom Vater gezeugt sein und den Heiligen Geist mit dem Vater hervorbringen. Und der Heilige Geist will in Freiheit und Liebe vom Vater und dem Sohn ausgehen. Das bedeutet, diese vollkommene Freiheit ist ganz klar einheitlich in Gott. Und alle drei Personen haben an dieser Einheit teil. Ein häufiges Missverständnis besteht hier übrigens auch darin, dass man menschliche Freiheit, eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen, einschließlich Gut und Böse, mit der göttlichen Freiheit gleichsetzt. Gottes Freiheit ist, weil Gott das absolut Gute ist, Gottes Freiheit ist somit viel höher als die menschliche. In Gott gibt es keine Möglichkeit des Bösen oder irgendeiner Wahl, die dem Guten widersprechen könnte. Die göttlichen Personen können nicht gegen den göttlichen Willen handeln, da dies Widersprüche in der göttlichen Natur selbst hervorrufen würde. Die Freiheit Gottes und der freie Wille Gottes zeigt ja, dass Gott genau das tun will, was seinem Wesen entspricht. Denn er will nichts anderes. Er kann nichts anderes wollen, da er vollkommen ist. Gott ist das Ultimatum. Er muss nicht zwischen Gut und Böse wählen, weil er sich nicht erst selbst verwirklichen muss, sondern weil er selbst verwirklicht ist, weil er die Wirklichkeit schlechthin ist. Und das ist auch der Unterschied, der signifikante Unterschied zwischen göttlichem, absolutem freien Willen und menschlichem freien Willen. Insgesamt sehen wir also, wer tatsächlich sagt, die Trinität würde die göttliche Einfachheit verletzen, hat weder Ahnung vom Konzept der göttlichen Einfachheit, noch hat er irgendeinen blassen Schimmer vom Konzept der Trinität.